UNTERTITELUNG Ich muss einem Spieler meiner Mannschaft auch eine Chance geben, dass er unter diesem Druck spielen kann. Erster Wahlkontakt von Thomas Kraft. Es ist schon etwas Außergewöhnliches für ihn. Es ist sein erstes richtiges Spiel bei den Profis. Aber wenn er schon mal spielen soll, dann gleich hier in diesem außergewöhnlichen Stadion in einem Champions-League-Spiel. Da weiß man gleich, wie man alles mit ihm. Und eine klasse Parade von Thomas Kraft. Das kann ein großer werden, der Thomas Kraft. Und Kraft ist unten. Er hält alles. Er hält alles. Michael Kraft! Mit den Fingerspitzen. Flanke kommt. Und Thomas Kraft mit einer großartigen Parade nach diesem Kopfball. Kraft! Das ist ein Reflex gegen Zeistamme. Es ist ja der Wahnsinn! Flanke kommt. Anzeigen. Wissens. 2-1. 2-1. Wissens. Und Kraft mit einer riesen Parade. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1. 4-1. Vielen Dank.